herzlich willkommen und ein fröhliches hallo von eurem herringway diese woche mal vollkommen ohne umschweife der stream plan für diese woche der relativ gut bestückt zu sein scheint zumindest kommt es mir so vor und ich hoffe jetzt einfach mal dass wir zusammen viel spaß haben werden los geht es direkt heute abend noch mit einem kleinen spontan stream ich werde irgendwann kurz nach 20 uhr je nachdem was ich mit diesem video hier fertig werde irgendwann kurz nach 20 uhr werde ich noch mal meinen stream auf hitbox anwerfen und ein ganz klein bisschen mit dem 3ds zocken das spiel meiner begierde am heutigen abend wird erst einmal shin megami tensai 4 sein wenn ich das spiel nichts sagen sollte dann seid ihr herzlich eingeladen vorbeizuschauen um euch das spiel einfach mal anzugucken ich habe es gestern knapp zwei stunden gespielt und muss sagen irgendwie gefällt mir auf eine gewisse art und weise und deswegen werde ich heute einfach mal ein bisschen weiter spielen so dann morgen am dienstag schnubi streamzeit zockt ein bisschen alundra für euch auf der playstation 1 und vielleicht auch noch irgendwas anderes oder so ich weiß es nicht genau er er tauft es den daddel dienstag und wird uns so ein ganz klein bisschen playstation als action bescheren oder so keine ahnung schaut einfach bei schnubi vorbei kann ich schaden so dann am mittwoch ungefähr irgendwann kurz nach 19 uhr geht es mit dem mana mittwoch eventuell in die letzte runde es deutet vieles darauf hin dass wir tatsächlich das finale erreicht haben und wir könnten es tatsächlich schaffen also mit wir sind schnubi und mein wenigkeit gemeint wir könnten es tatsächlich schaffen secret of mana 2 durchzuspielen und das wollt ihr ganz bestimmt nicht verpassen deswegen seid am mittwoch bitte dabei wenn wir auf schnubis hitbox kanal dieses spiel zu einem feierlichen ende bringen und am freitag lassen wir die woche dann so ein ganz klein bisschen die arbeitswoche so ein ganz klein bisschen ausklingen indem wir am abend dann noch mal bei mir tales of symphonia chronicles weiter spielen hoffentlich in dieser woche dann ein bisschen lag freier als in der letzten woche da gab es so ein paar kleine problemchen aber na gut so ja das also das streamplan für diese woche ich finde da kann man sich durchaus auf ein paar dinge freuen sehr rollenspiellastig ne aber ich glaube das ist dann in dem moment vielleicht einfach mal so wird auch wieder andere tage geben vermutlich irgendwann mal aber okay für den moment soll es erstmal wieder gewesen sein ich sag dann einfach mal tschö mit ö und hoffentlich bis ganz ganz bald